Oskar X Souveränitätsteilhabe Das gibt es ja nicht Unser Oskar X macht sich auf den Weg zum Amt Er kann den lang ersehnten Termin kaum erwarten Für unsere Kameras allerdings ist der Weg hier zu Ende Wir sind gespannt und drücken Oskar X die Daumen Der Termin ist vorbei Sie haben gesagt, ich muss mich jetzt entscheiden Also Sie lassen mich wählen, aber nur mit deutschem Pass Ich bin made in China Und meine Eltern waren Deutsche Doppelte Staatsangehörigkeit geht nicht Das wird jetzt nicht leicht für mich Deutsche Schinesische Was soll ich tun? Stäbchen Bockwurst Was soll er tun? Oskar X Was soll er tun? Das Amt Hat Oskar X sich entschieden? Ich meine China ist verdammt weit weg Wer weiß, ob ich da jemals wieder hinkomme Ich könnte als Erster anruhend mein X machen Und ich will mein X hier in Deutschland machen Ich will es viel lieber hier in Deutschland machen Ich mach das jetzt Ich mach das jetzt Wieder muss unsere Kamera draußen bleiben Minuten Stunden Stunden Tage vergehen Oskar X hat es geschafft Ich hab ihn! Oh Oskar X Er ist frei Glücklich Und deutsch Wo wird er sein X machen? Oskar X Oskar X? Ist er tot? Kaputt? Oskar X? Jetzt seid ihr gefragt. Nur gemeinsam können wir Oskar X retten. Fix OskarX.de Oskar X kommt zurück. Komm zurück.